hi und willkommen zur neuen folge von minecraft insanity ja ich habe ja die letzten folgen immer wieder solche lichtschwertteile gefunden wie zum beispiel den kristall da oder da ist auch noch was und deswegen und ich habe damals bisschen nachgeschaut was ich da so machen kann nämlich gibt es da die werkbank die lichtschwertwerkbank die macht man sich mit dem eisenblock und dann mit solchen blöcken und ja die die blöcke der jene tempel ist aus denen gebaut und ja die habe ich geklaut das merkt schon keiner und ja habt ihr habe ich überhaupt gezeigt dass ich meinen garten bepflanzt habe ich habe jetzt voll den schönen rasen ja genau ich wollte mir die lichtschwertwerkbank mal bauen man wie war das jetzt ja man braucht den eisenblock der ist in der kiste noch ja ich habe nämlich auch bissel ärzte gefahren und da gibt es so viele komische ärzte ja dann war das so 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 und so soll es habe ich da die lichtschwertwerkbank das passt irgendwo hin ja da brauche ich dann viele sachen da kommen dann die lichtschwertteile hinter der kristall dann brauche ich dann noch so elektronik irgendwie und da kann ich noch machen dass meine klinge zum beispiel dann in stabil ist und ich könnte ja mal wieder mit den leuten im dorf bis reden vielleicht hassen die mich dann weniger hey du da hey der marken hier ich reden mit dem was soll ich was sagte wie geht es dir was was ist heute mit der los ach so ist der andere der nebendran der mag mich anscheinend nicht ein abflammen tag hält die zombies fern das stimmt zwar nicht aber ist egal so und fehlt fehlt ihm ein auge keine ahnung vielleicht mag er mich ja wenn ich ihm was schenkt da heißen ja das der mag mich jetzt das geht ja echt weg ach so die davor haben das geschenk nicht angenommen okay ich glaube ich schenke einen was ja ich wollte heute noch mal zum questmeister gehen ich habe mir sogar schon das portal geschossen ich bin voll vorbereitet ja vielleicht hat er noch mal was für uns weil der heißt der questmeister und ja oder hat er seine schreibmaschine aufgestellt darauf schreiben macht es geräusche ok ne geht nicht naja dann hast du was für mich er hat was die leute die mich entführt haben haben noch mein tagebuch sie haben ihr camp im wald bei der burg aufgeschlagen hatte sich jetzt nicht mal bedankt dass ich ihm die dumme schreibmaschine zurückgegeben habe als ob das erste was er sagt ist jetzt halt ja bring mir das tagebuch ja egal dann schließe ich mich mal darunter wieder was ich nicht wieder sterb ich habe übrigens rauskunden wie das dann wie es geht dass ich nicht permanent schaden krieg ja also wirklich herausgefunden ist es nett ich habe halt herausgefunden dass ich immer wieder sterben muss dass mein torscht aufgefüllt wird oder so und warte mal so kann ich da runter das war knapp ja okay jetzt geht's ja vielleicht sind ja noch mehr lichtschwertteile drin weil die waren ja waren ja da immer drin warum kann ich dann durch das unsichtbare wand jetzt kann ich durch kann es sein dass das irgendeine tür ist die wo irgendwie keine textur dafür existiert obwohl nicht dann wäre es lieber schwarz es ist einfach unsichtbar pack freies modpack ja nie dass das revolver drin warte mal 9 mm kugeln habe ich das nicht gefunden ich glaube schon in der ersten folge hoch das sind sie ja echt voll das camp das große auch noch sind es da sind es bären fallen okay die sehen mich die sehen mich aber der andere habe ich noch nicht gesehen dann lock ich die weg dass der andere mich nicht zieht was hat der mir gegeben gekochtes marshmallow auf dem spieß was so wurde hat gerade marschmann das griff und jetzt habe ich den getötet das kann ich nicht essen okay das item bringt gar nichts habe ich festgestellt naja da sind noch mehr hallo okay schaut okay ich kann gegen den kleinen als einzeln kämpfen wir sind der bärenfalle hängen blieben bist du dumm eigentlich ja 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 das war jetzt irgendwie komisch okay da ist noch der große komm her ich muss den die bären fallen locken heute bleibt auch stecken doch steckst du fest ok macht viel schaden steckst du fest ich kann den kant gescheit hauen und es schaut so aus als es würde ich den manchmal anzünden mit einem schwert hat es irgendwelche fähigkeiten dazu keine ahnung ist es das tagebuch ich kann es ja mal lesen das erzähle ich dem dann halt nicht heute habe ich mir eine schreibmaschine gekauft gestern habe ich neun stunden geschlafen morgen werde ich an dem buch weiter schreiben das sind einfach drei komplett zusammenhanglose sachen tag zwei mein bad ist seit gestern 0,72 mm gewachsen meine zimmerpflanze wächst gar nicht mehr jeder den ich kenne sagt mir dass es daran liegt dass sie dass ich sie nicht diese aber daran glaube ich nicht okay ich bin verwirrt okay ich hoffe der gibt mir jetzt was besseres als vorher ja dann gebe ich mal ein tagebuch ab ich habe es nicht gelesen verspreche ich okay irgendwie geht es nicht auch so jetzt geht es okay der mod ist irgendwie komisch naja was ist es lichtschwert griff und das ist die elektronik die man da braucht dann kann ich ja irgendwann mal schauen dass ich mir mein eigenes lichtschwert bauch das ist irgendwie gefährlich wenn dann die portale so am boden ist sind weil dann ist die gefahr dass das passiert geht das bringt man immer höher also ich bin fast tot okay da ist die munition und wisst ihr was ich glaube ich fühle mich bereit dass ich mal die monster anmachen kann ich bin wirklich bereit ja hallo ist da irgendwer okay was ist das denn warum hast du den creeper auf dem kopf ich treffe den netten creeper kann ich treffen ach so ich muss erst irgendwelche skills level damit ich ihn angreifen kann kann der mich angreifen oh gott warum fliegt die spitzhacke okay okay ich glaube ich bin doch bereit ich bin doch bereit okay ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich ich muss zu meiner wasserquelle okay ich sterbe ja neuer versuch warum brennig okay der schaut gruselig aus ich hab gar kein texture pack drin der schaut schon alle zombies so aus ich hoffe mal nicht okay ich glaube ich mach die monster wieder aus ich habe nämlich keine lust dass die da alles zersprengen ja das will ich nicht da ist auch am anfang wie ich in die welt gegangen bin im chat gestanden irgendwas mit creeper event und ja vielleicht sind bloß deswegen so viele creeper ich könnte ja auch mal wieder schauen ob es da was neues gibt oder da ist wer schaust irgendwie komisch aus warte wie heißt der uvi okay hi uvi hallo manche leute würden sagen dass ich mich in ein restaurant setze das mir gar nicht gehört und das sachen verkaufe ich habe einen das freien handel okay was verkaufst du denn also ich meine ich habe kein problem damit wenn er mir was verkauft ja das ist das ist in sein problem okay der verkauft mir irgendwelche karotten aber wo kriege ich münzen her vier karat das ist kohle das gibt mir hast naja sechs karat karotten gibt mir fire resistance saturation und night vision das ist eigentlich ganz cool obwohl obwohl mir meinen rucksack auch schon night vision gibt aber da ist das problem wir gibt mir immer bloß für zwei sekunden also dauerhaft für zwei sekunden und dann flackert das alles immer so das gibt mir speed naja dann muss vielleicht keine magische kraft mehr kommen und mir speed geben das okay das ist viel ist aber auch teuer okay dann warst du es mit der folge und ciao